Hey Leute, willkommen zurück zu Bloodborne. Ja, ich bin schlau. Diese Tür hier mit dem Zettel drauf, ja, das hab ich jetzt auch gemerkt, dass die aufgeht, wenn man einfach den Text wegklickt und dann nochmal drückt. Meine Güte. Hat ein bisschen gedauert. Auch hab ich gemerkt, dass dieses Ding hier Silberkugeln verbraucht, wenn ich das Feuer nutze. Von daher ist das nicht so geil irgendwie. Dann hab ich doch lieber meine Knarre, muss ich sagen. Und das hier ist Neugebiet, da waren wir noch nicht. Bäh. Bäh. Halt verschmuggelt. Schon wieder so ein Käfer. Wo gehst du hin? Ihr sagt doch, dass das hier vielleicht... Ah. Das ist sowas wie die Echse und jetzt bin ich hier runter und weiß nicht mehr, wie ich wegkomme. Oh nein. Oh nein, da liegt noch was. Will ich haben. Weil ich so gierig war wieder. Ich dachte, wenn das Vieh hier runter springt, dann überlebe ich das. Au. Wo bin ich denn jetzt? Kacke. Das mach ich auch wieder für ein Zeug. Ich würd gleich, glaub ich, mit der Schriftrolle heimgehen, oder? Gell. Gell. Warte mal, ich nehm wieder die Fackel rein. Das gefällt mir gar nicht, dieses Feuer. Ja, äh. Hier hab ich dann doch lieber die Fackel. Was ist das denn? Ich kann's anvisieren. Verliegst jetzt noch eins, oder? Ah, ah. Na, Art, Krampfer. Oh Gott. Oh Gott. Was bist du? Äh. Okay. Mäßigungsblut, Edelstein. Ihr hört grad einen Krankenwagen. Bitte ignoriert dies. Ja, ich kann noch Backstab. Ja. Das ist geil. 155 geben diese Viecher. Die haben aber nicht viel drauf. Wo hab ich denn denn jetzt? Den besänft Mäßigungsegelstein. Physischer Angriff 1,4. Cool. Dann kann ich mir dann gleich noch meine Sensor einschauen. Die find ich eh ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Da ist die Axt. Jägerfackel. Hab ich schon. Okay. Oder? Äh. Fackel und Jägerfackel. Die macht mehr Feuerschaden. Alles klar. Und hat ne B-Eskalierung mit diesem Stern. Ja, dann. Das Licht ist komplett genau dasselbe. Die brennt wahrscheinlich nur heißer. Ich hab ja keine Ahnung. Okay. Leute, ich hab den Drang, wieder umzukehren irgendwie, ne? Ich hab den großen Drang, umzukehren. Obwohl ich dann nochmal dieses Ding haben will. Dieses Item, was da lag bei dem Leichnam. Was ist das hier? Ich muss es nicht öffnen von dieser Seite. Oh, das ist fantastisch. Alter Schwede. Das sind so die Slums, oder wie? Guckt euch das mal an. Das ist alles zerstört und kaputt. Das ist ein Leiter. Ich soll mich mal ein bisschen mehr umsehen, habt ihr gesagt. Ich renne so durch das Spiel. Ja, weiß nicht. Ich geb mir Mühe, das nicht zu tun. Also ich guck mich ja oft in jeder Ecke um, aber... Euch geht's wohl mehr an den Schauwert, wenn man auch mal hoch in die... An die Spitzen guckt, der Gebäude, und... Vielleicht gibt's da noch was zu sehen. Ach, guck mal, jetzt bin ich wieder oben. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Ja, gut, Tau. Cool. Nee, dann war das gut. Dann werde ich aber trotzdem nochmal ganz schnell hier runtergehen, weil ich will das haben hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber es könnte ja... ... eine Buchstanzscherbe sein, ja. Okay. Das geht ja flott. Flott, ja. Geht flott. Vorsicht. Hab ich hier noch was vergessen, übrigens? Bäh. Ja, keine Geheimwände, leider. Habt ihr mir gesagt. Zack. Oh, man kann ja nicht abrollen, wenn man landet. So. Ja, ich schnief wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich bin noch leicht erkältet, aber das geht. Das geht. Meine Stimme ist wieder da, soweit. Nur morgens ist sie noch ein bisschen kratzig. Oh, das ist... Halten wir aus, oder? Jawohl. Wie schnell und ausdauernd er die Leiter hochsteigt. Musst ihr mal machen. Habt ihr schon mal eine Leiter so schneller klommen? Das ist nicht leicht. Nur mal so. Nichts mehr. Gehe ich jetzt gerade ins Reich der Bestien, oder wie? Ihr sagtet auch scherzhaft, dass ich jetzt bald das Tutorial geschafft habe. Aber... Bin ich ja mal gespannt. Sechs Blutviolen. Wow. So, wow. Oh. Ich glaube, ich weiß, was gemeint war. Uh. Da haben wir auch nicht so viel drauf, die Viecher. Guck mal. Blutviolen gibt's dafür. Die haben ja nicht viel drauf, ne? Nebenrohr geht's wieder ein bisschen. Ist das Schandstadt 2-0, oder wat? Was hängt denn da? Ja. Aufgeschnit. Die machen ja lustige Geräusche. Oh, da gibt's nix mehr für. Schade. Oh. Ist voll gut. Mit der Axt. Habt ihr recht, diese Charger-Attacke, die ist echt super. Oh. Wieder so viel. Hallo. Das ist auch nicht viel, ne? Nicht viel entgegenzusetzen. Kaltbluttao. Und wieder Blutviolen. Genau. Oh, hier kann ich ganz schön sammeln, du. Boah. Guckt euch das mal an, Leute. Diese Fassaden schon. Das ist so der Wahnsinn. Wobei der Himmel... Ja, die Skybox könnte ein bisschen hübscher sein, aber... Ja, ich beschwere mich nicht. Das ist richtig geil. Also, macht Laune. Das guckt man sich gerne mal an, sag ich. Boah, das ist so unselig. Was hängt mal für'n Typ? Ja, diese Wehrwolf-Seuche, die greift wohl schnell um sich. Und wir sind mittendrin. Der Jäger. Aber irgendwie scheinen wir auch unter dem Fluch zu leiden, oder? Uns wurde ja das Blut injiziert. Die Lykantrophie. Es wurde ja schon von ein paar Leuten hier gesagt, dass das wohl keine Lykantrophie ist. Weil man sich scheinbar permanent verwandelt und nicht nur bei Vollmond, oder? Ja, und übrigens, je weiter man kommt im Spiel, desto heller wird es, glaube ich, auch. So, hallo Phantom. So, und die Hinweise. Vorsicht vor Feuerwaffe, darum Geländenutzung ist effektiv. Aha. Ihr seid ein geschickter Jäger. Erfahrung, gnadenlos, trunken von Lut. Und, wie es Jäger so sind. Ah, bin ich, bin ich. Ach, was kommen denn da, so mal? Das sind so die vom Mund. Die können auch nicht mehr, ne? Mäßig aus Blut-Dedel-Standern. Was steht da? Vorsicht vor Projekt hier. Schießt er jetzt jemand? Wahrscheinlich schießt er jetzt mit Katapulten auf mich, oder Ballista. Ist die mehrzahl Ballista oder Ballistas? Oder Ballisten. Ballisten, glaube ich, ne? Kommt von Ballistik. Und darum muss ich euch aufhalten. Aha. Oh. Genau, das hab ich mir gedacht. Boah. Genau, da hast du mir gesehen zu spät. Jetzt muss ich hier runter, sonst schießt er die ganze Zeit weiter auf mich. So eine Lampe. Da geht's runter. Ja, oh, 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 oh. Au. Alter Schwede. Das ist ja echt volles Massengeballer hier. Oh, die sind ja ganz genau flinkt, ne? Reichweite statt Kraft. Was ist denn da? Oder was? Ich pack dir gleich vorhin. Gegengift. Ja, was auch immer. Ich hab bisher noch kein einziges Mal Gift gehabt. Nee. Ich hab ja schon wieder wieder zielt und gleich schießt, ne? Ist fies. Ganz schön fies. Mach mir ein Blutstein. Jetzt geht's ab hier, ne? Jetzt ist gerade echt Ramba Zamba, du. Nicht dein Schuss reichweite, ja, ne? Komm. Aha. Und was? Ach so. Die trifft er ja gar nicht. Ja, mich trifft er, aber die nicht. Das ist nett. Wee. Was ist denn das aufgesprengt, oder was? Eben schon auf. Ich weiß es nicht. Kinder, da macht sie schießen jetzt. Wee. Oh. Gott, das ist tot. Noch mehr Blut. Sag mal, wie viele Blutsteinscherben es hier gibt. Soll ich mal vor, ihr sterbt jetzt hier. Ihr müsst alles nochmal machen. Das ist voll lustig, ne? Macht bestimmt Spaß. Ja. Der schießt da bestimmt auf mich, wenn ich da vorgehe. Ja, ja. Macht er auch so. Die Wände. Das wäre jetzt voll der Hinterhalt gewesen. Oh. Oh, die ist groß. Ich mach das fies. Ich schreide zu ganz langsamen Seitenwärts. Alter Schwede, ist das Teil gut? So, wieder Blut. Wäßigungsblut-Edelstein. Schau mir keine Hinweise an. Das ist wahrscheinlich alles Spoilerei hier. Oh, Blut-Färbungs-Edelstein. Interessant, was es hier alles für Sachen gibt. Blutangriff 1,8%. Was heißt das? Hab ich schon was rausgefunden über diese Blutangriffe? Wahrscheinlich hab ich wieder irgendwas überhört oder übersehen. Und hab wieder nicht alles durchsucht. Darf mir das anhören, ne? Ja, ja. Macht ihr, macht ihr. Die Wand sieht irgendwie verdächtig aus. Aber es gibt keine Geheimgänge, ich weiß. Das find ich ein bisschen schade, ehrlich. Was ist mit dem los? Dieses... Oh! Ich wollt schon sagen, Leute. Dieses... Dieser Nebel, das ist doch bestimmt wieder so Feuer... ...dingens. Das mach ich jetzt nicht mit dem hier. Sondern mit dem da. Okay. Oh. 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 Geht das nicht hier? Das ist doch... Ach, die Schwelen. Ach so. Ach so. Oh. Oh. Das hat schon Grundform, die einfach sind, weil sie in Massen kommen wieder mal, ne? Mag ich sowas? Gegner in Massen. Gegner in Massen. Äh. Oh, schnell. Kaput, auch. Oh, die muss. Schnell. Oh, Gott. Der ist ganz schön flink, ne? Der Arsch mit seinem Geschießen. So. Noch einer. Das war der Einzige, oder? Nope. So, mein Schnupf. Da steht jetzt. Ich werde hier voll paranoid, was die Schießen angeht, ne? Ich werde das die ganze Zeit ballern. Der ist so... Uuuuh. Hörschau. Das ist so schnell. Vor allem, dass die Come Recovery ist euch das mal aufgefallen. Ich glaube, das ist schneller. Also... Ja, Moment. Dieser. 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 Kein Nieser, bitte. So. Äh. Man kann hier schneller wieder getroffen werden, als in anderen Souls-Spielen. Auf jeden Fall. Boah, den hab ich hoffentlich rausgeschnitten. Der war laut. Richtig laut. Ah. Was ist das? Oh. Alter. Bist du ein Jäger? Was soll das? Da klatscht der mich im Haus wieder ab, oder was? Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Alles ganz schön frech, ne? Komm. Was macht er denn denn? Der rennt wieder weg. Au. Du bist doch ein Arschbache. Jetzt rennt er immer wieder weg. Ich will noch nicht so nah hin, der trifft mich gleich wieder von oben. stopisch. Ja, komm her. Aber jetzt. Feige Sau. Oh, ich bin auch feige, ich weiß, aber es will euch nicht. Tja, ich bin ein Held. Kann ich auch. Bam! Oh, der liegt noch. Krass. Was ist das denn aus? Das war zu blöd, ich weiß. Was für ein Penner. Knochenmarkasche. Was ist das denn schon wieder? Alles hat hier mit Knochen oder Blut oder sonst was zu tun, ne? Das ist sehr seltsam. Weiteres Medium, das Querkrepperkugeln stärkt. Laut Werkstatt handelt es sich um eine besondere Knochenmarkasche aus der Hemway-Knochenstraße. Besonders wertvoll für Jäger mit schwacher Blutfärbung, die stärkere Schusswaffen gebrauchen müssen. Okay. Okay. Der schießt ja gar nicht mehr auf. Nein! Okay. Wird's nicht sagen sollen. Arschbacke. Ich muss den, glaube ich, ganz schnell ausschalten. Was ist denn hier los? Nö. Erstmal die Leiter rauf. Ich will gucken, ob ich den Typen nicht ausschalten kann. Dann kann ich mich hier in Ruhe nochmal umsehen. Der ist mir nämlich so ein bisschen Dorn im Auge, ne? Mit seinem Katapult da oben. Diese Automatik-Ballista. Sehr ärgerlich. Oh, klasse. Soll ich hier? Was verdanken wir locken, wenn es sich an Blitz überfallen? Hä? Die verbeugt sich? Gott, überall höre ich hier Geräusche. Das ist aber cool. Ich mag es hier alles zu erforschen gerade. Das ist echt gut gemacht. Oh, da oben ist der Turm, ne? Ja, ja, ja. Ja, du Arschbacke. Vielleicht hab ich dich. Ja, da ist er doch. Pennergesicht. Oh Gott, was hat der denn? Uh! Schrotflinte! Molly! Oh! Jawoll! Sir! Alter Schwede, hält der was aus? Huckt das an? Oh! Au! Du Pennergesicht. Kann ich den runterkicken? Das wär jetzt fies, aber... Oh! Au! Ja! Das ist schlecht an der Attestrier. Keine Aufdauer danach. Oh ja! Komm, ich will nicht schießen jetzt. Oh! Das ist wunderbar, ne? Bei dem Parry hier! Au! 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 Alter! Oh, nicht runterfallen! Woah! Das wird mir ein bisschen zu flink, der Arsch! Das wird mir ein bisschen zu flink, der Arsch! Das muss er fallen! Oh Gott, nein! Vielleicht doch nicht! Au! Du Arschbacke! Mach mal! Mach das viel Schaden von dem Penner? Ich nehme an, ihr habt noch Träume! Ach so! Denn in euren nächsten Traum! Arschbacke! Okay, der ist heftig! Was? Da! Ich glaub, je näher ich bin, desto mehr Schaden macht diese Schrotflinte! Ich soll's wirklich auf Parry probieren bei ihm! Alles parieren und den dann weghauen, ne? Oh Gott! Wisst ihr, wo ich jetzt anfange? Wisst ihr, wie weit die letzte Glocke zurück war? Ach du heiliger! Du heiliger Strohsack! Das ist ein ganzes Stück zu laufen jetzt, ne? Oh Gott! Ja, die Ladezeiten! Ich überquatsch den jetzt einfach mal! Was haltet ihr davon? Oh ne! Jetzt muss ich alles nochmal! Alles nochmal! Ja! Müsste aber mit leben, ne? Geht nicht anders! Na gut, Leute! Ich würd sagen, ich mach jetzt hier schon mal einen Cut, oder? Das dauert manchmal 45 Sekunden! Ich hab mal mitgezählt! Krass! Ich hoff wirklich, die ändern da was! Dass die vielleicht... Weiß ja nicht wie das... Dass man vielleicht mal was installiert auf die Festplatte! Das wäre auch ne Idee! Oh Gott! Guck mal hier! Hier muss ich wieder! Ach du Scheiße! Leute! Ja! Lasst mir doch gerne was da! Bisschen Liebe! Ein paar Likes! Ein paar Kommentare! Naja! Was soll's! Ich muss jetzt nochmal hier durch! Geht nicht anders! Und wir sehen uns dann wieder! Wenn's wieder heißt! Bloodborne! Ich muss noch mal hervor! Ich muss noch mal! Ich wollte mich nie für mich... Ich wollte mich nicht... Bei mir lassen!